Ja, wieder mal Schietwetter hier auf Steinkirchen 21. Ist leider Pech, wo ich das Video machen will. Muss es natürlich ausgerechnet wieder regnen. Aber egal, davon lassen wir uns den Spaß nicht verderben. Herzlich Willkommen wieder mal zu einem OMSI-Video. Lange nicht auf meinem Kanal vorhanden. Ich hatte nicht so die Lust auf OMSI, mehr auf Train-Simulator. Aber die Lust kommt natürlich zwischendurch immer wieder, so wie heute. Und wir warten natürlich alle sehnsüchtig auf die Linie 20 für Hamburg. Dann wird wieder gefahren, bis die Reifen qualmen, hätte ich bald gesagt. Und dann wird es auch wieder einen Livestream geben hier mit OMSI und meinem Betrieb, Ferdi und Ritschi. Verkehrsbetriebe hier für OMSI. Ein Bus-Betriebs-Simulator. Also der sogenannte BBS. Ja, ihr seht hier schon einen Facelift. Und das war der normale Facelift New. Und dann haben wir schön umlackiert, wie ihr seht. Vollwerbung, Nachkauf. Natürlich darf vorne das FRV-Logo unseres Betriebes nicht fehlen. Von Train-FW, also von Ferdi und mir. Und mit der Wagen Nummer 16 versehen. Selbstverständlich WLAN im Bus auch vorhanden für unsere Fahrgäste. Ja, unsere Werkstattleute sind wirklich extrem fleißig gewesen, was die Außenanzeigen angeht. Da ist Train-FW meist für verantwortlich. Repains macht auch H-Productions, also unser Pixel-Verdreher. Und Repains und Innenanzeigen machen Luca und Leon. Und da haben wir zum Beispiel eins von den beiden. Und auch mit Innenanzeigen. Auch der Fahrplan. Die Anzeige für den Fahrplan wurde auf FRV getrimmt. Aber auch die Innenanzeigen, das zeige ich euch gleich noch. Und wir haben viele, viele weitere Repains in der Art. Vollwerbung oder eben normale grün-weiße FRV-Logos drauf. Und 94 Busse haben wir momentan bei uns im Betrieb. 36 Karten. Also ich denke, da ist für jeden was dabei. Und wir sind gerade dabei, beziehungsweise die Werkstattleute, die ganzen Busse umzulackieren. Ähnlich wie diese hier. Nachkauf haben wir auch Mezzumix und Adelholzer Wasser. Und auch, wie gesagt, normale FRV-Logos drauf. Aber auch Vollwerbung wie hier. Also da ist für jeden was dabei. Und das Beste ist, wir haben natürlich alles verlinkt. Die ganzen Repains, aber auch die Mods wie Sterne-Mods oder Sound-Mods oder sonst irgendwas. Auf unseren Betriebs-Discord-Server. Da haben wir alles schön für euch verlinkt, wo wir das Ganze herhaben. Damit ihr hier nicht mit weißen Bussen rumfahren braucht. Und die Omsi-Web-Tist, da kommt das meiste ja her. Ist ja riesig, bevor ihr das da alles gefunden habt. Da ist Weihnachten. Nein, das haben wir für euch natürlich alles schön verlinkt. Unser Service für die Fahrer ist wirklich sehr groß geschrieben bei uns im Betrieb. Für die Fahrer tun wir alles. Und dazu haben wir auch noch einen Instagram-Account vom Betrieb. Ja, da könnt ihr auch mal so einige neue Lackierungen, also Repains bewundern, die wir auf unseren Bussen drauf haben. Eine kleine Auswahl, dass ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt. Wie immer habe ich euch alles natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach unter dem Video gucken, da ist alles verlinkt. Und, ja, oder auf Mehranzeigen anklicken. Dann habt ihr die volle Videobeschreibung. Und da seht ihr das dann alles. Ja, ihr könnt euch gerne bei uns bewerben. Allerdings ist Rang 5 erforderlich. Mittlerweile sind wir 52 Fahrer, es werden immer mehr. Und es wird auch gefahren, dass der Arzt kommt hier bei uns. Und da haben die Werkstatt heute reichlich zu tun. Ständig müssen die Reifen gewechselt werden, Ölwechsel, Hauptuntersuchung. Weil unsere Busse natürlich unheimlich viele Kilometer drauf kriegen. Und also ordentlich was los bei uns im Betrieb. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal bewerben, würden wir uns sehr freuen. Ja, heute fahren wir eine kurze Tour. Und zwar von die Linie 43 werden wir hier fahren. Auf Städtetreieck 21. Von Österhof S-Bahnhof nach Süsselforst Bahnhof. Und genau mit diesem Facelift der Nahkauf-Einkaufskette. Und ich meine, das sieht doch gut aus. Und wenn dieses blöde Schietwetter nicht wäre. Ich könnte schon wieder ausrasten. Aber ist egal. Fahren wir trotzdem bei Regen. So sieht er aus. Nahkauf. Und der ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Nichts liegt näher als Nahkauf. Wäre ja auch schlimm, wenn das Fernkauf heißen würde. Das geht natürlich nicht. Und ja, so stehen wir hier auch schon kurz vor unserer Haltestelle, würde ich sagen. Wir steigen am besten mal ein. Und ich muss natürlich erstmal noch den Umlauf eingeben. Das wäre, was muss ich machen? Linie 43, Sonnen- und Feiertag natürlich. Machen wir den. Und Umlauf 30, 302 TL. Wo ist er? 330, 302. Ne, das ist er auch nicht. Da ist er. 30, 222. Ne, das ist er auch nicht. Da ist er. 30, 302 TL. Ne, ist er das? 30, 302 TL. Das ist er. Ja. Ösdorf, S-Bahnhof, Süsselforst. Los geht das hier um 14, 15 und ab die Porsche. Husch. So. Dann haben wir das schon mal geklärt. Dann machen wir die Elektrik an. Gucken wir mal. Was wir hier eintragen müssen. So, das müsste sein. 1, 2, 3, 4. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4. Genau. So, Linien-Eingabe. 0, 43, 0, 0. Ist das richtig so? Jawohl. Und den Umlauf an 0, 1 müssen wir eingeben. Jawohl. Süsselforst Bahnhof. Da wollen wir hin, meine Freunde. So, da haben wir auch schon hier unseren Fahrplan, der ein bisschen ummodelliert worden ist. Wie ihr das schon sehen könnt. So, den können wir wegmachen. Die Linie 43, da haben wir so einige Halte. Da war so knapp 20 Minuten. Und das sieht doch klasse aus. Genauso wie die Innenanzahl. Erstmal können wir hier die Fahrerkarte noch reinmachen, würde ich sagen. Dass das auch hier schön läuft. Jawohl. So, drücken wir noch ein paar Mal. Herr Mustermann ist dran. Genau. Herr Mustermann. Drücken wir noch ein paar Mal auf OK. Dann sollte das auch klar sein. Und natürlich hier auch ummodelliert von unseren Werkstattleuten. Guckt euch das an. Sieht das nicht klasse aus. Hier die Innenanzeige. Alles im FRV-Design. Pferde und Rittschiff Verkehrsbetriebe. Wir haben den 20.03. 14.08. Also Sonntag. Und wir starten hier in Oesdorf. S-Bahnhof. Und das geht nach Sisselforst Bahnhof. Der Linie 43. So schaut das hier aus. Wenn ihr auch diesen und viele weitere Busse fahren wollt. Mit solchen Anzeigen. Und Außen-Repaints, Vollwerbung und so weiter. Bewerbt euch bei uns. Und dann könnt ihr das Ding auch fahren. So, wir machen aber trotz der Regen jetzt mal ein bisschen die Beleuchtung an, würde ich sagen. Und schmeißen wir die Höhle erstmal an. Und dann schauen wir weiter, wo der Hase hinläuft. Leider muss ich die Scheibenwärsche anmachen. Oh, da kommt schon die ganze Meute hier. Guckt euch das an. Die ganze Meute kommt. Die ganze Meute kommt. Und will. Da haben wir auch schon die Anzeige. Da, Sisselforst. In fünf Minuten geht das hier los. Nach Sisselforstbahnhof 43, die Linie. Die nächste fährt es um 14.45 Uhr. Also in 35 Minuten später. Und, naja. Okay. Gut, wir machen die Höhle an. Jawohl. Dann machen wir Licht an. Machen die Scheibenwäsche an. Sonst wird das hier nichts. Den können wir ausmachen. Dann machen wir natürlich noch ein bisschen die Heizung an. Sonst wird den Leuten kalt. Das muss ja auch nicht. Und Auto, würde ich sagen. Nee, Auto. Zack. 22 Grad. Dann sind die Fahrgäste zufrieden. Licht habe ich angemacht, ne? Ja, Licht habe ich an. Das ist ganz wichtig. Da ist er nochmal. Unser Nahkauf. Noch mit, noch mit, äh. Noch mit, äh. Dings hier. Mit, mit Weihnachtsbeleuchtung an. Hehehe. Ja, die müssen wir noch rausnehmen. Die Weihnachtsbeleuchtung. Weil die hauen wir dann zu Weihnachten wieder rein, ne? Aber, äh. Kann man, kann man auch im Prinzip auch ausmachen, ne? Also. Nee. Nee. Die mache ich mal aus. Das ist, hehehe. Das sieht ja furchtbar aus, ey. Ist ja Wahnsinn, ne? So. Ähm. Dann würde ich sagen. Dann habe ich auch alles da. Und nichts vergessen. Will ich zumindest hoffen. Dann schmeiße ich die Mühle an, würde ich sagen. Und wir fahren vor zum Startpunkt. Und lassen die Meute schon mal rein, hier. Jawoll. Uh, was war das denn für ein Bus? Hallo. Der sieht ja auch im Schaus, ne? Guten Tag. Nun, danke. Hallo. Hallo. So, da kommt die ganze Meute rein. Dann machen wir schon mal wieder ein bisschen zu, weil, äh, das den Fahrgästen schon mal ein bisschen mollig wird, hier. Schön mollig. Oh. Geht auch auf. Oh, sehr schön. Jawoll. So, Licht haben wir an, ne? Jo. Welches Licht machen wir nur an? Das oder das an? Wie mache ich die Volllicht an? Sonst gibt es wieder schlechte, schlechte Fahrerbewertung. Das muss ja auch nicht sein. Das muss ja absolut nicht sein. So, zweieinhalb Minuten haben wir noch. Und, jo. Dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, schalten wir mal zwei Minuten rauf, dass das gleich losgehen kann, ja? So. So. Ist freie Fahrt? Jawoll. Freie Fahrt ist. Und ab die Porsche. Oh, da müssen wir hier durch. Kommen wir mit, wenn. Ösdorf, Bahnhof. Umstieg zum Regionalverkehr. Ja, schön. Da kommen wir gerade her. Da kommen wir gerade her. So, jetzt dürfen wir. Schön langsam hier um die Kurve. Gleich einen Kammstein mitnehmen. Hier auch noch mal einen Kammstein mitnehmen. Wunderbar. Wunderbar. Das ist auch mal eine Kurve hier, ne? Oh, schöne Eisenbahn hier. Herrlich. Ich hätte mal lieber mit dem Gelenk fahren sollen, ne? Hallo. Das könnte eventuell voll werden, ja? Ein Fahrschein, bitte. Obwohl bei Regen fahren ja auch immer etwas mehr Leute. Und von daher hätte ich mal lieber ein Gelenk nehmen sollen. Aber egal. Schnauze. So, da war ich hier rechts um die Ecke. Ja, Sisselforst Bahnhof. Ganz bekannte Haltestelle hier auf Städtedreieck 21, die wir ja zu Weihnachten bekommen haben. Nochmal überarbeitet. Wahnsinnig viele Linien dazugekommen oder umgestaltet. Aber muss natürlich wieder Schiebwetter geben, ne? Das war ja so klar. Das war so klar. Ich bin eben noch eine Runde gefahren. Auf Gelsenkirchen. Da war schön trocken. Nur hier in Steinkirchen regnet das momentan. So, schön hier ums Eck. Ohne anzuecken. Sehr schön. Oh, herrlich. Das ist eh rot. Das passt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Hätte ich bald gesagt. Mit unserem Nahkauf 43er Linie. Ist ja nicht hübsch. Mist, nun muss ich hier ums Eck. Das kann nicht wahr sein. Wie soll ich das denn machen? Mit einem kleinen 3-Meter-Bus vielleicht. Aber wie soll ich denn jetzt hier rumkomme? Und da stehen auch wieder Autos, ne? Boah, ist das eng, ne? Und hier auch wieder Eisenbahn. Sehr schön. Wollen wir mal ein bisschen gucken. Kommen da irgendwelche Züge? Oh, sieht doch hübsch aus, ne? Boah. Alte Zügelei. No, da muss da bloß aber ganz schön asten hier, ne? Ich hab Kickdown übrigens. Na, jetzt nicht mehr. Seid ihr schön nass geworden? Kein Regenschirm dabei. Ja, es fehlen nochmal Personen hier bei Omsi für die Fahrgäste, ne? Die einen Regenschirm haben. Oder noch besser, einen Rollator oder so, ne? Das wär geil. So, dann müssen wir hier links weg. Kommt da einer vorne? Nö. Kommt keiner. Ja, und wenn es regnet hier in Omsi, ist die Performance immer sowas von blöd. Halt sich jetzt raus. So, dann muss ich hier noch links drüber. Ja. Kommt schon wieder eine Minute Verspätung. Herrlich. So, da links kommt schon mal keiner. Kommt da einer? Nö. Dann können wir fahren. Marburger Platz. Herrlich. So ist er. Unser Kleiner. Unser Kleiner, na, komm. Nö. Habe ich ja ganz vergessen hier. Den habe ich jetzt völlig übersehen, die Haltestelle hier. Aber kann ja mal passieren, ne? So, jetzt können wir Gas geben. Grüne Welle. Ja, das sieht ja wie ein Trecker außen, ne? Ja, das ist bei mir. Hallo. 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 Hier auch mit der schönen Anzeige. Hier auch mit der schönen Anzeige. Was ist denn nun schon kaputt? Was ist denn jetzt noch? Ach, die hintere Tür ist noch offen gewesen. Sauerei. So, dann müssen wir hier links abbiegen. So, wird doch erstmal wieder Zeit hier für ein Video. So, Zone 30 hier. Ich werde aber mal ein bisschen schneller fahren, weil... Ich... Naja, hier ist auch schon die Haltestelle. Okay. Friedolin-Gasse. Friedolin-Gasse. Naja. Guten Tag. Jo, wunderbar. Anderthalb Minuten Verspätung schon wieder. Die Tür live von mir, kennt ihr ja schon, ne? Ja, wie soll ich denn jetzt hier rumkommen, ey? Sag mal. Habt ihr... Was weiß ich... Was sind das denn mal für enge Straßen hier, du? Sag mal. Boah, ey. Da bin ich sogar rumgekommen, ohne anzuecken. Aber ein bisschen unrealistisch, ne? Also... So, dann seht ihr zu hier. Raus, rein, buschus. So, hier noch nicht. Aber hier müssen wir raus. Na, das rückt aber ganz schön hier, ne? Ja, ist ja kein Wunder, es regnet ja auch, ne? Also normal läuft man um sie völlig flüssig, auch hier auf dieser Map. Aber wenn es regnet nicht, ne? Also da haben wir, glaube ich, alle Probleme. Deswegen fahre ich äußerst ungern bei Regen. Guten Tag. Aber nützt ja nichts. Es ist Sonntag, ich habe heute Zeit, das Video zu machen. Deswegen müssen wir leider bei Regen fahren. Es nützt normales nichts. Ja. Ja, obwohl klarer Himmel ist, ne? Und wenige Wolken und so, keine Ahnung. Aber, äh... Kommt da einer? Nö, kommt keiner. Hallo. Schön mit der Aral-Tangestelle. So, habt ihr euch nochmal erholt hier. Wunderbar. Jawohl. Jawohl. Noch ein bisschen Aral müssen wir auch noch drauf kriegen. So ein bisschen zumindest. Na, das ist doch ein schönes... Ein schönes Bildchen. So, als Video-Thumbnail. So, kommt da was? So, schön. Zwei Minuten Verspätung. Schon wieder rote Ampel. Herrlich. Oh, ein weißer Bus. Auch nicht schlecht. Ja, die Karte Stein-Kirchen, äh, 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 Städte-Dreieck 21 ist schon ganz schön speicherlastig. Aber wie gesagt, bei einer Kiste, äh, ich habe eine gute Kiste, ne? Läuft das normal ziemlich flüssig, aber bei Regen, ne, bei Regen nicht. Also Regen sollte man im OMSI mal abschaffen. Oder dass man das wenigstens selber einstellen kann im BBS. Das wünsche ich mir auch so als zukünftiges Feature, was die in zukünftigen Updates noch, noch, äh, rausbringen wollen. Bezahlen muss man natürlich dann extra noch dafür, neuerdings, ne? Und, äh, aber auf jeden Fall, dass man das Wetter selber einstellen kann. Jahreszeit nicht, das kann ja so bleiben, aber wenigstens das Wetter, ne? Weil, wir hatten auch schon drei, vier, fünf Wochen gehabt, wo es in Deutschland nur geregnet hat, egal wo. Ja, und dann regnet das natürlich auch in OMSI dauerhaft, ne? Und das macht echt keinen Spaß, in OMSI bei Regen zu fahren ständig. Na guck mal, jetzt haben wir schon zweieinhalb Minuten Verspätung. Weil die Ampelfasen in OMSI kennen wir ja auch. Da wünsche ich mir also auch, dass die etwas realistischer umgesetzt werden. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Jetzt haben wir schon drei Minuten und jetzt dürfen wir endlich fahren. Na, klasse. Na, klasse. Boah, ist das am Zuppeln, ey. Da kriege ich die Krise, ne? Naja, gut, wir sind ja auch hier mitten in der Innenstadt, ne? Aber trotzdem, ne? Kann man auch froh sein. Das ist ein ganz einfriertes Bild. Oh, wir haben grün. Ich werde gekloppt. Ne, jetzt schon wieder rot, ne? Habt ihr nicht gesehen, ne? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Nein. So, da können wir hier links abbiegen zum Bahnhof. Und dann sind wir auch schon da, hier in Düsselstorf, ne? Aber natürlich haben wir hier auch wieder rot, ne? War klar, ne? Oder? Ne, haben wir nicht. So, dürfen wir hier rum? Ja, ne? Mann, du hör doch mal auf mit dieser Zuppelei hier, Mensch. Meine Fresse. So, und wo müssen wir jetzt lang? Wo müssen wir jetzt lang? Hier vorne, ne? Hier vorne gleich rechts, oder wo? Ich glaub ja, ne? Hier vorne, ne? Hier ist logisch Schluss. So, dann bin ich die Meute mal rauslassen. Feststellbremse rein. Jawohl, hier ist Schluss. Hier kann ich abschließen. Herrlich. So, Mutter aus. So, lassen wir die ganze Meute mal raus hier. Na, ist das schon wieder stehen geblieben? Alter, ist das am Zuppeln hier, ne? Ja, heftig, ne? Oh, da war eine ganze Meute drin, ne? Sessels Furst. Oder Furz. Könnte man das auch nennen. Sessels Forst. So heißt das. Nicht Sessel. Wie der Sessel, wo die alte Oma drin sitzt. Sondern Sessels Forst. Busbahnhof. 43. Ja, Freunde. Dann verabschiede ich mich auch schon wieder. Wird bald auch einen Livestream geben, sobald die Linie 20 rauskommt. Soll auch bald passieren. Und, äh, guckt euch unten die Links an, was ich euch da alles verlinkt habe. Und, äh, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.